Teuer wird's nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, also mein Name ist Jasmin Wolf, ich spiele beim FC Bergen auf 85 und ich stelle euch jetzt meine Top-3-Spielerin aus Hamburg vor. Da habe ich einmal als Abwehrspielerin, mit der habe ich vor einem Jahr auch bei Bergen auf zusammengespielt, das ist die Kim Koschmier vom FC St. Pauli, weil sie ein starkes Stellungsspiel hat und guten Zweikampf ist. Als Szenerin habe ich vom SCI Melanie Nielsen ausgesucht, weil ich finde, dass sie eine starke Technik hat und einen sehr guten Schuss. Und meine beste Stürmerin in Hamburg ist vom Bramfelder SV Maria Albrecht, weil sie sehr torgefährlich ist und immer richtig steht. Und ja, sehr schnell und technisch sehr stark. Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. MDR 2021